Eine wissenschaftliche Theorie besagt, paranormale Phänomene sind ausgeboten unserer Vorstellung. Und Geister existieren nur, weil wir an sie glauben. Eine Gruppe von Wissenschaftlern wollte diese Theorie belegen und erschuf ein übernatürliches Wesen mit der Kraft ihrer Gedanken. Wenn wir das hinkriegen, werden wir beweisen, dass es Geister, Erscheinungen und das Übernatürliche wirklich gibt. Das Experiment war erfolgreich. Wo ist die Taschenlampe? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Entschuldigung, das scheiß Ding! Was ist mit ihr passiert? Wir haben das Tor geöffnet und es ist reingekommen. Aber was will es nur von uns? Es ist wie ein Virus. Wenn es weiß, dass du Angst hast, überträgt es sich von einem Menschen zum nächsten. Es will in unserer Sphäre existieren. Es will hier unter uns sein. Verschwinde aus meinem Haus! Sobald du daran glaubst, bist du tot. Ich glaube nicht daran. Es existiert nicht, es existiert nicht, es existiert nicht, es existiert nicht, es existiert nicht.